... zu lösen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da geblieben seid. Das freut mich wirklich sehr. Ich hatte ein bisschen Angst, dass hier nachher leer ist. Wer das Liedchen kennt, kann gerne mitsingen oder später dann interaktiv mit einsteigen. Und die Welt verändert sich. Und ich mit dem Trüben. Und die Raucher, sie reden wieder, weil sie draußen unter sich sind. Ich hab kein Geld für ein neues Auto. Keine Plakette für Berlin. Mein Banker erlaubt mir noch nicht mal, 100 Euro zu überziehen. Und die Musik spielt in Hamburg. Ich sitz allein an dich. Wie soll ich ganz groß noch rauskommen, wenn in der Stadt keiner was mitkriegt? Und ich bin froh, dass ihr mir zuhört. Ich hab heute einiges von mir erzählt, dass mir mehr wäre, als reichte, weil ich euch ansehe und ihr mich hoffentlich versteht. Morgen ist dann wieder Alltag angesagt. Ich freu mich, wenn ihr mir was Nennes schreibt, wenn ihr über Frühstück an der Dapel denkt oder mich einfach nur mal fragt. Ja, wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Ja, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es euch gibt. Ja, die Spritpreise fallen wieder. Ich tank seit Monaten mal wieder voll. Unsere Banken haben Krisen. Mein Konto steht konstant im Soll. Während sie alle Geld in Gold tauschen, sitz ich daheim und schreibe dieses Lied, dass wir Milliarden verschenkt werden. Wie wär's, wenn ihr mir nur was abgibt? Stattdessen kämpfe ich, dass ich spielen darf. Glaubt mir, das ist gar nicht so leicht. Denn bei einem unbekannten Künstler zahlt keiner Geld oder schaut mal ran. Und unser Radio nervt mit Gaga. Ba-ba-ba-bocker-Face. Ich kann die Scheiße echt nicht mehr hören. Und so mit 20 Euro Eintritt heute Abend werden 20 Cent nur mir gehören. Und ich will auch gerne eine CD haben. Damit ich selbst mal höre, wie das Scheiße klingt. Ich bin verflucht von meiner Musik. Ich will doch nur, dass jemand mitzwingt. Und morgen ist doch wieder Alltag angesagt. Ich freu mich, wenn ihr mir was Nelles schreibt. Wenn ihr über Frühstück gerne heute Abend denkt. Oder mich einfach nur fragt. Ja, wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Ja, wie geht's dir? Das ihr seid, das macht mir Mut, den ganzen Scheiß, die Weile durchzuziehen. Ich bin froh, oh, dass es euch geht. Es nützt mir der allergeilste Radio-Hit. Und es in dem Lied dann nichts zu sagen gibt. Ich will auch nicht, dass hier ein Wunder passiert. Nur, dass ihr jetzt mal alle ganz laut applaudiert. Ja, wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Ja, wie geht's dir? Das ihr seid, das macht mir Mut, den ganzen Scheiß, die Weile durchzuziehen. Ich bin froh, dass es euch geht. Ich bin froh, dass es euch geht. Vielen, vielen Dank. Ja, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es euch geht. Ich bin froh, dass es euch geht. Ich bin froh, dass es euch geht.